So individuell wie das Leben, so ist es auch der Tod und jeder Trauerweg hat seinen ganz eigenen Charakter. Hinter jedem Menschen steckt eine einzigartige Geschichte. Wenn Sie Ihre Geschichte mit uns teilen, dann werden wir uns alle Mühe geben, diese Geschichte auch im Abschied wieder zu spiegeln. Wir verstehen uns nicht nur als der Bestatter. Wir sind ihr persönlicher Wegbegleiter, ihr Berater, ihr Ideengeber und ihr Lösungsfinder. Bei uns gibt es sowohl Raum für Tradition als auch für Innovation. Raum für klassische Trauerfeiern oder moderne Alternativen. Denn der stetige Wandel in der Bestattungskultur erlaubt immer mehr individuelle Möglichkeiten der Trauerbewältigung. Wenn der Abschied gut gelingt und Sie sich mit all Ihren Gefühlen Ihrer Trauer, Ihrer Angst und Ihrer Ratlosigkeit gut aufgehoben und ernst genommen fühlen, dann haben wir unseren Beruf richtig verstanden. Wenn Sie zu uns kommen, schenken Sie uns Ihr Vertrauen. Vertrauen, dass wir würdevoll mit dem geliebten Menschen umgehen, den Sie verloren haben. Vertrauen, dass wir Sie unterstützen und Ihre Wünsche ernst nehmen. Vertrauen, dass wir Ihre dereinstige Bestattung nach Ihren Vorstellungen umsetzen. Auf diesem Vertrauen baut unsere Arbeit auf. Das Kostbarste, was wir Ihnen dafür zurückgeben können, ist die Zeit. Zeit zum Zuhören. Zeit, gemeinsam den richtigen Weg zu finden. Zeit für den individuellen Abschied. Zeit, gemeinsam den richtigen Weg zu finden. Zeit, gemeinsam den draw, Tدا. Zeit, gemeinsam den richtigen Weg zu finden. Antes, Kemerkige Musik. Zeit, gemeinsam den richtigen Weg zu finden. Vielen Dank.